Unsere Wallfahrt gibt es seit über 300 Jahren und es ist das erste Mal, außer in den Kriegsjahren, dass unsere Wallfahrt schon zum zweiten Mal durch Corona ausfallen muss. In diesen Tagen unserer Wallfahrt legen wir 150 Kilometer zu Fuß zurück und genießen dabei vollen Versicherungsschutz. In den letzten Jahren waren wir durchschnittlich mit 300 bis 400 Wallfahrern an den vier Tagen unterwegs. Manch einer nutzt auch die Gelegenheit, bedingt durch Beruf oder Familie auch nur ein Teilstück mitzugehen. Ich führe seit 15 Jahren die Wallfahrt und war schon circa 40 Mal dabei. Den Einstieg zur Wallfahrt hatte ich wegen dem guten Schulabschluss und einer Krankheit in unserer Familie. Ich gebe gerne der Wallfahrt meine Stimme. Ich sage die Lieder an und gebete aus unserem Wallfahrtsbuch. Ich sage die Lieder an und gebeten. Untertitelung des ZDF, 2020